Sollten Sie die ausgewiesenen Bereiche verlassen, werden Sie umgehen von dieser Insel entfernt. Wir empfehlen, ein Kopftuch zu tragen, wenn Sie Ihren Mandanten besuchen. Wir haben hier schon erlebt, dass Anwältinnen angespuckt wurden. Sie wollen einen Razia der 9-11-Anschläge verteidigen? Mohamede Uldzlahi, ein Mauritanier, inaftiert in Guantanamo, hat die Männer rekrutiert, die den Flieger ihres Freundes Bruce in den Südturm gelenkt haben. Durch ihn kamen die Männer in das Flugzeug meines Mannes? Er wird dafür bezahlen. Sollte der Häftling nach Ihnen greifen, schieben Sie sich vom Tisch weg. Wir kommen so schnell wie möglich rein. Ich bin Nancy Holländer, das ist meine Mitarbeiterin. Wir möchten Sie gern vertreten. Unser Ziel ist die Todesstrafe. Aber wenn wir etwas übersehen, dann wird er uns entwischen. An die Arbeit! Rufen Sie diese Nummer an und fragen Sie nach meiner Mutter. Sagen Sie, er weiß nicht. Irgendwas Nettes. Die amerikanische Regierung hält mehr als 700 Gefangene in Guantanamo fest. Seit wann sperrt man in diesem Land Leute ohne Prozess ein? Das wird eine Menge Arbeit. Die Regierung weigert sich, uns die Beweismittel gegen Sie zu zeigen. Es wurde alles geschwärzt. Dann beschweren Sie sich bei der Regierung. Ich bin hier schon viele Jahre und immer hieß es, du bist schuldig. Nicht für eine bewiesene Tat, sondern bloß wegen irgendwelcher Verdächtigungen und Verbindungen. Ich bin unschuldig. Er wurde immer wieder verhört und man hält ihn seit sechs Jahren fest, ohne eine einzige Anklage zu erheben. Stört es Sie überhaupt nicht, so jemanden zu verteidigen? Neben ihm verteidige ich dabei auch den Rechtsstaat. Sie wissen noch nicht, was ich weiß. Da, wo ich herkomme, in Mauritanien, trauen wir nie der Polizei. Aber ich hätte niemals geglaubt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Angst und Schrecken einsetzen würden, um mich zu brechen. Ein paar schlaflose Nächte, das ist alles. Ich hatte noch nie mit irgendeiner Form von Verschwörung zu tun. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich in so etwas mit reingezogen werden will. Du gröbelst zu viel. Entweder du spielst mit oder du bist raus. Sagen Sie, was Sie mit Ihnen gemacht haben. Ich kann Sie sonst unmöglich verteidigen. Sie verlangen von mir, dass ich hier Feuer lege, aber ich schieße hier noch drin. Er ist vielleicht schuldig. Ja, möglich. Aber wir machen unseren Job. Selbst meine Eltern kritisieren mich dafür. Das ist nicht mein Job. Wenn ich falsch liege und es Zeit wird, Rechenschaft abzulegen, dann habe ich persönlich dafür gerade zu stehen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie was Besseres sind als wir anderen? Ich glaube nicht, dass ich besser bin als irgendwer. Genau darum geht es. Acht Jahre lang habe ich davon geträumt, in einem Gerichtssaal zu sein. Und jetzt, da es soweit ist, da habe ich Todesangst. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die Guantanamo dort unten gebaut haben. Mein Mandant ist kein Verdächtiger. Er ist Zeuge. Mr. Slahi, heben Sie bitte Ihre rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Das war's. Dust bist du receptors und mein magician schon. Das macht unsicher. Ich persönlich, ich weiß es.